Die Folge von Eckstein TV Warum das Ganze? Denn heute Morgen passiert hier etwas ganz Besonderes. Rund um das alte Haus, was jetzt noch auf unserem Grundstück zu sehen ist, wo mittlerweile unser neues Gemeindezentrum errichtet wird, wird nämlich heute eine spannende Krimi-Serie gedreht. Und von diesen Dreharbeiten wollten wir Sie gerne in Kenntnis setzen und darüber informieren. Die Folge von Eckstein TV Sie wohnen im Nachbarhaus seit Rheinland? Seit 38 Jahren. Sie haben den Schuss gehört? Ja, ich glaube, zum Einkaufen. Haben Sie den Schützen gesehen? Direkt. Wie, nicht direkt. Man hört ja nicht jeden Tag den Schuss. Man verwirkt. Die ausgeläufende Milch, der Einkaufskauf. Als ich den Garde wieder hochnehmen wollte, hat er den Motor aufgeholt. Ja. Dann dieser Wagen. Das ist ein dunkler Vierer-Golf-Fahrer. Sie sind sicher, dass es ein dunkler Vierer-Golf war, obwohl alles so schnell ging und sich so voll weg war? Ja, mir sicher. Ich hatte ja selber sein, ja. Würden Sie den Fahrer wirken? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber den Fachiger, der dort im Keller lag. Den habe ich gleich gekannt. Sie kannten den Fachiger? Der freilicht den Josef als ein kleiner Brotpaar. Das ist ausgeliefert. Schau den Bau. Schau den Bau. Hey, schau den Bau. Hey, schau den Bau.